Sorcerer, Death and Witcher, Hexerei, not sure, what is it in englisch? Naja, es ist krass, ein Hexer mit Platte, so wie ein Paladin quasi und Schild und kann sich raus, kann die CCs vom Mage machen. Verteidigung. Boah. Awww. Witchcraft, okay. Sorcerer, Witchcraft and Defense, sorry. Ich bin ja, ich bin ja die ganze Zeit... Ich kann ja nix machen hier. Komm, wenn ich hinten ein Combo mache, verliere ich da keine Gesundheit. Ja gut. Ich bin ja auch ein bisschen Geld für Mats fehlt oder überhaupt. Wir sind alleine so die Hände gebunden, ich komme alleine nicht weiter mit Spielen. Ich kann euch ja das mal zeigen kurz hier, also... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das Spiel noch lange bei mir mitmacht, nachdem ich so abhängig bin von irgendwas und nicht weiterkomme. Ich schätze mal, dass ich irgendwann sag, komm, fickt euch doch, scheiße Arcade und fertig, aber ich probiere es noch weiter, ich gebe noch mehrere Chancen, aber irgendwann gereist doch mir der Geduldsfaden für immer. Ich habe ja hier schon geskillt, ich habe ja schon einige Sachen, aber ich habe ja erst angefangen mit dem Ganzen und brauche halt doch einige Mats. Ganz ruhig, geiles Spiel, Spiel weiter. So, und zwar, wenn ich hier jetzt... Ich brauche halt dann hier... Okay, das könnte ich ja machen. Eisen hätte ich und das könnte ich auch herstellen, theoretisch. Dann habe ich zumindest besseren, also zumindest den nächsten Helm. Der ist aber nicht besser. Und der nächste Helm, den ich herstellen würde, wäre auch nicht besser, komischerweise. Aber vielleicht in einem Set, also... Kann man dann diesen End Helm, wenn man dann das Ganze hat hier, kann man den dann nochmal updaten? Oder wie ist das? Hochstufbar verfügbar und wo kann man den dann updaten? Und das gleiche wollte ich halt mit den ganz anderen Sachen machen. Ich habe halt hier... Hier bin ich auch. Hier auch. Ich brauche noch Politur, die könnte ich herstellen. Habe ich ja schon einige Mats gesammelt, aber ich habe schon vieles wieder verbraucht für eine andere Quest. Eisen hätte ich ja. Achso, ich könnte ja in der Zeit, wo jetzt hier noch ein bisschen dieser Doppel-Buff herrscht, kann ich noch ein bisschen weitermachen. Über der Schmelze, ne? Wo ist denn die? Da. Ja, das ist... Ich bin jetzt auch irgendwie dahinter gekommen. Bob, danke dir. Aber, ja. Ich habe ja schon gestern gesagt, Gags versuchte in MMORPG alleine durchzuspielen hier. Deswegen warte ich ja, bis die Guildies halt noch leveln. Und ich dachte mir, soll ich so lange was anders spielen? Soll ich jetzt, sag ich mal, zwei Wochen Pause machen, bis alle 50 sind und dann wieder spielen? Es wäre ja auch kein Problem. Ich habe noch über zehn Spiele vorbereitet für euch. Sei es vorbereitet, das ist noch im Plan. Also wir haben so viele Releases hier. 2.10. 7.10. 8.10. 10.10. 17.10. Da kommen sogar zwei. Es kommen so viele Spiele noch raus. Und zwei, drei Spiele habe ich sowieso ausgelassen für dieses Porno-Arch-Age. Hey, Gartheim, grüß dich. Und Adi Goff, servus, hallo. Wie geht es euch beiden? Schön, dass ihr da seid. Ja, leveln ja jetzt fleißig, leveln ja jetzt fleißig die Leute. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Offline. 50. 48. 41. 39. Dann wird ja. Wird ja. Müssen wir nur mal schauen hier. Wird ja langsam. Besser, danke und dir. Ja, nachdem ich gestern einfach keinen Bock mehr hatte. Schnauze voll. Mitternacht geht es jetzt wieder. Bin ein bisschen gepennt, bin aufgestanden. Hatte voll die Kreislaufprobleme. Ich habe schon ziemlich schwarz gesehen und habe mich dann hingockt was gegessen. Bisschen was getrunken und dann ging es wieder. Irgendwie entscheidendes Wetter oder so. Kein Plan. Aber jetzt ist es okay, soweit, so gut. Wieder da war eben was essen. Schon wieder. Was gab es denn leckeres? Was gab es denn schönes? So. Dann. Schauen wir mal. War hier nicht auch irgendwo in der Nähe des Alcheding? Hier oder? Okay, dann kann ich diesen. Kann ich diesen, wie ist das, Matt oder was? Kann ich eine herstellen, okay? Und dann kann ich beim Schmied, der hier isst, Kartoffelkartau und eine Schüssel Tomatensalat. Ja, Tomaten mag ich eigentlich gar nicht, aber Kartoffelkartau ist sehr lecker. Ich ess keine Tomaten. Ja, genau. Genau. So sehe ich das. Ich liebe Tomaten. Hahaha. Schauen wir mal, dass wir beim Helm weiterkommen. Dann haben wir den Helm ein bisschen geskillt hier. Und dann können wir irgendwann hier weitermachen. Dann werden wir beim Helm fertig. Also, und dann soll er anscheinend nochmal geupdate werden. Da hat der Endhelm nicht besser, das ist mein jetziger Helm. Ist alles viel schwächer. Genau, Oliven mag ich auch nicht so. Hast du recht. Also, Tomaten, Oliven kann mich schon jagen. Ich mag Oliven. Ja, das passt doch. Schau mal, dann isst du einfach alle. Passt. Nehmen wir mal an, wir würden Salat essen. Dann kriegst du Tomaten, Oliven und ich krieg halt den Rest. Ist ja kein Problem. Es ist ein World Boss. Okay. Du sollst 1 versus 1. Ja, ein Duel mit dem World Boss. Für sicher. Hahaha. A lot of advantages at my side. Ja, Ketchup lecker. Also, Ketchup und Tomatensoße sind alles lecker. Nur Tomaten in der reinen Konsistenz mag ich nicht. Aber ist ja alles Geschmackssache. Soll ja auch für andere was bleiben. Musst du nicht alles essen. Hey Badala, grüß dich. Wie geht's dir? Achso, taucht da noch eine Stufe auf? Wenn ich das gemacht hab? Ja, deswegen hab ich immer so gemacht. Helm, Brust, alles hintereinander. Am Helm bin ich jetzt am weitesten. Okay. Ihr braucht mit mir gar nichts zu diskutieren. Das ist doch okay. Passt doch. Wenn's dir schmeckt ist ja gut. Du isst Tomaten und Oliven und wir essen den Rest. Ist ja kein Problem. Gut, hier muss ich hier weitermachen. Brauch ich wieder so ein... Muss ich auch noch anpflanzen. Ähm, Azale und hier Narzissen muss ich noch wieder anpflanzen. Kann ich hier noch nebenbei so machen. Zwischen die Bäume quatschen, äh, äh, klatschen vielleicht. Für Mathe-Politur. Politur. Können wir noch mehr reden.... Neee. Mööööö, Scholl-Schuh. Normalerweise ja, also ist es beim Schneidern. Okay, na gut, jetzt versuche ich erstmal die ganzen Setteile hochzukriegen auf das, was ich halt kann und dann werde ich einfach schauen, wie es dann weitergeht. Aber ich dachte mir, ich bekomme die Einzelzahl erstmal hoch auf das Max, was ich jetzt hier kann und dann guck mal weiter. Genau, die grobe Politur muss ich ja auch schauen dann. Ach, ich war die ganze Zeit Ferina angemeldet? Lol, hat so lange gedauert. Also ich finde Grünkohl okay, also ist nicht gut, also ist nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm hier, nur Tomaten und Oliven. Jalapenos sind auch interessant, wenn sie schön scharf sind. Kassleraspechte. Finde ich gut, dass die Geschmäcker so unterschiedlich sind am Essen, wenn hier immer das gleiche ist, denn der, der, das, der andere, das und der und der. Passt an. Zaubererei, Hexerei, Schattenspinion. Das erklärt sie mal, was Kassler ist. Es ist etwas zu essen, mein Freund. Kommt drauf an, es gibt, äh, als Brot. Kassleraspechte. Ja. Was ich geil finde, dass nach Arena meine CDs nicht alle resettet werden. Hier zum Beispiel beim Schwert, das nach vorne Chargen wird nicht resettet. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. daraus ja wie gesagt wenn ich einmal in den mädchen aus dem stand machte dann ist vorbei aber da er hat ja dafür sein ich hätte meinen zielten sollen die beiden gleichzeitig mann wer es vielleicht hat vielleicht geklappt hier Kassel als Brotfleisch bloß anders geschrieben